Frankreich Ich nehme die Aussage mit der Rückblick Frankreich, die feindlich mit großer Dankbarkeit entgegen. Sie ist eine besondere Ehre für mich. Ich möchte sie meiner deutschen und französischen Familie widmen. Die französische Familie hat mir das Herz für Frankreich geöffnet. Und meine deutsche Familie hat mir Kraft gegeben und alles mitgetragen. Vielen Dank, Herr Kanzler. Vielen Dank, Herr Kanzler. Vielen Dank, Herr Kanzler. Sie sind mein Echter, Stahl von der Söhne. Vielen Dank, Herr Kanzler. Vielen Dank, Herr Kanzler. Ob das französischer Abend ist, ob das Musiksommer ist, ist sicherlich Wolfgang Winkler, ohne den es diese Veranstaltung zumindest in der Form und zumindest mit der Qualität auch nicht geben würde. Also ich möchte ganz herzlich Wolfgang nochmal auf diesem Wege gratulieren. Er ist jemand, der diese Auszeichnung ausdrücklich verdient hat. Er hat sich in den letzten Jahren, man kann sagen Jahrzehnten, so sehr für die deutsch-französische Freundschaft engagiert und eingesetzt, dass er viele, viele Initiativen und Projekte gestartet hat. Der Wolfgang Winkler hat diesen französischen Orden auch wirklich, wie ich meine, verdient. Kommunikation feiert Freude. Merci beaucoup. Applaus Applaus Herzlichen Glückwunsch! Ah, du Bois! Ihr seid bereits in der guten Richtung. Allez, allez! Ja, aber der Wohlgang ist ein großer Teil der französischen Kooperation. Sie sind jemanden, der die Grenze schreit die Grenze. Wie ein Tisserand, eine Tapisserie. France, Allemagne, allez, allez! Und dann können wir uns nicht beherberen. Das ist gut. Ich liebe diese Attizierung. Me laisserai-tu te toucher Si je te le demandais Simplement du bout des doigts Laisse-moi vivre mes illusions Être de temps en temps Celui qui te chante à tes chansons ... 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